Und da kein Rasierschaum dafür, weil der Schaum, die Haare macht die Haare weich, dann kleidet das Messer besser. Wenn ich den Rasierschaum nehmen, sehe ich nichts. Das ist zwar zum Bart passieren ganz gut, aber für das Bisschen wird es nichts, das anzunehmen. Vor allem der hat auch so was. Ich rasier nur Schaum.